Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs planen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Plant. Plante. Hat geplant. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich plane. Du planst. Er plant. Wir planen. Ihr plant. Sie planen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich plante. Du plantest. Er plante. Wir planten. Ihr plantet. Sie planten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe geplant. Du hast geplant. Er hat geplant. Wir haben geplant. Ihr habt geplant. Sie haben geplant. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich plane. Du planest. Er plane. Wir planen. Ihr planet. Sie planen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich plante. Du plantest. Er plante. Wir planten. Ihr plantet. Sie planten. Den Schluss macht der Imperativ. Plane du. Planen wir. Plant ihr. Planen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb planen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann laьте uns auf Wiedersehen. Danke. Vielen Dank.